Da sind wir wieder bei voller Planlosigkeit. In diesem kleinen, grünen Spackenfachmann hier stehen geliebt. Der hat unsere Münzen geklaut hat. Du Spacken, ich will das Geld zurück. Hm, und woher wohl? Was passiert immer die andere Seite? Da geht's hier. Hm, wer dich anguckt, ey. Ob der verliebt wär. Linke Schwul. Komm, muss es weitergehen? Ja, natürlich. Punkt, Punkt, Punkt. Kannst du mich sehen? Ach nein, wenn das nicht Liebe ist. Natürlich. Ich will dich entführen und vergewaltigen. Jo. Sieh ich das richtig? Hier drei Ohren auf jeder Seite. Das ist ja ein bisschen übertrieben. Ich will auch fliegen. Töte mich. Kann ich auch fliegen? Oh mein Gott. Massive Soundbugs. Ich will den Namen nicht lesen. Flöte des... des Chiguara. Du hast die Flöte des Landes. Oh, Landes. Flame. Wird sicher noch einmal lustig sein. Natürlich wird sie lustig sein. Die wird mir folgen. Oh mein Gott. Du hast keine Privatsphäre mehr link. Was soll das? Aus dem Fenster. Ist das ein Stempelhof? Was ist ein Stempelhof? Hm. Ich hatte gar kein Bett. Hm. Hm. Ich konnte doch fliegen. Vom Schloss zum Zurm der Götter gehen. Aber selbst wenn das stimmt... Okay. Jetzt muss ich bestimmt auf die andere Seite. Fett, lass es hier. Lass mich durch. Ähm. Was soll ich mal lesen? Stand gerade wegen Schwertkrieger. Aber ich habe keine Ahnung... ...was die gerade gelabert haben. Ich muss mich verarschen. Der Kriegsraum. So hat dieses coole Megatool hier. Ich habe hier auch einen Tipp von einem Gains-Fan gekriegt. Er meinte, ich soll... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und Spaß. Shit. Also nochmal. So. Das ist genau... Hier. Meine abstrakten Gestalten hier. Gains Fane weiß, was das sein soll. Egal. Jetzt weiß ich, wenn ich so oder so ist. Aber wie ich da hinkomme, habe ich keinen Plan. Wow. Ich finde hier wieder schlecht. Ich mache nicht so viele Purzelbombs. Hä? Ich muss auch unten kommen, aber... Das ist nicht funktionierend. Das ist Bullshit. Imau. Okay, ich hoffe. Einen geheimen Weg hinter dem Schloss? Ich wette, ich weiß, wo er ist. Vielleicht muss ich einfach nur... Man kann. Jetzt muss ich einfach nur hier reingehen. Bin ich eigentlich schon eine Etage tief, oder? Jawohl. Give me my epic sword. Was kommt du hier? Wow. Ein Krutenschwert. Okay, ich bin nicht bereit. Power Rangers sind immer bereit. Brauche ich es nicht draufhauen. Achso. Da. Ich bin ein Krutenschwert. Da. Das war einfach. Und jetzt? Sie sind beide ungeb... Gegen ihn auch noch? Der Wischi? Was ist denn ein Wischi? Hä? Hä? Wirbelattacke? Oh, der Kopf da! Gleich hebt er ab. Ich bin brei. Ein Schild krieg ich nicht. Hm. Zum Schönen vergessen musste gerade in der Stadt. Gleich gesagt, ich habe es gar nicht gelesen. Hä? Magic! Ach, jetzt weiß ich wieder. Ja, stimmt! Genau! Da! Lügs! Rechts! Lügs! Rechts! Geradeaus! Jetzt lass mich Deutsch packen! Ich reiß die Eier ab. Wow! Wow! Hi! Hilfe! Alter! Was ist das für kleine Hobbits? Ich habe gar nichts drauf. Ich habe keine Chance gegeben. Okay! Das ist jetzt Würbel, du! Dummer Krieger! Stein! Nein! Das ist jetzt erstmal in der Face! Oh, scheiße! Und den da jetzt! Bäm! Das ist hier so... Okay! Da sind Bomben! Wow! Wow! Schhh! Nehmen wir den da raus schmeißen! Bracadou! Was ist das eigentlich für Viecher? Auf jeden Fall sehen die komisch aus. Get this! Oh mein Gott! Der ist nur noch ein Täter! Ich bin Link! Ich schneide mir das Bomben in den... Bomben in den Gurren und dann geht's los rund! Und... Ein Mausspielen ist scheiße! Komm ich kenne euch! Da muss ein... extraiger Hingang sein! Naja! Egal! Wir machen beim nächsten Mal weiter! Bis dahin! Tschüss! Tschüss! Tschüss!